Hallo, ich bin Haria Tavik-Martin und ich spiele Tina Martin bei Bibi und Tina. Im neuen Bibi und Tina Film geht es diesmal um außerirdische Begegnungen und außerdem wird auch Graf Falkos Geschichte weitergeführt und was mit ihm passiert. Für mich bedeutet einfach anders, dass man derjenige sein kann und immer noch selbstbewusst ist, auch wenn man anders ist als die anderen Leute. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo man sich unwohl fühlt oder mit Menschen, wo man sich nicht wohl fühlt. Ich glaube, das kennt jede Person und es ist natürlich kein schönes Gefühl, aber ich glaube, das Beste ist einfach ein Umfeld zu suchen, wo man sich wohl fühlt. Bestimmt, wenn man irgendwie auf Insta auf irgendwas kommt und man glaubt es sofort, aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Aber das Wichtigste ist einfach nicht immer alles glauben und sich weiter informieren. Wir haben eigentlich alle ziemlich viel Kontakt, also wir haben uns auch abseits von der Dreh gesehen. Aber es war nochmal schön, mit allen jetzt zusammenzuarbeiten und so viel Zeit zusammenzuverbringen. Wenn ich eine Außerirdische wäre und auf die Erde kommen würde, würde ich den Menschen sagen, wie viel sie zerstört haben und dass sie so viel mit der Klimakrise zerstört haben und ja, dass man das jetzt langsam noch hinbekommen sollte. Also ich war in der Schule, ich habe jetzt dieses Jahr Abi gemacht vor einem Monat und habe währenddessen auch weiter gedreht. Hallo, hallo, Glutus, Saturn, Erde am Mars, wohnt da jemand, wohnt da jemand, könnt ihr uns hören? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020